Ich bin Turbo Oparazzi und ich freue mich, dass ihr zuguckt. Ich spiele jetzt Driftlern The Magic Revival, die Kampagne der Menschen, Teil 2. Teil 1 habe ich schon abgeliefert und ich hatte erst überlegt, ob ich King den Kampf spiele, aber ich habe mir gedacht, das macht mir hier derzeit mehr Freude. Also spiele ich das jetzt. Kampagne, den Story Modus. Menschen. Das wird immer erst freigeschaltet. Und hier, wann wird das denn freigeschaltet? Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Gut, dann spüren wir erstmal die Geschichte der Drei Königreiche. So, Shaira, so floh der junge Feige seine Pläne zerspattert von meiner unerwarteten Offensive. Wir haben gewonnen. Mann, er kam in gutem Glauben zu dir. Shaira, wie bewegend. Mann, er kam, um dir Frieden anzubieten, Shaira, und er bekam, was er verdiente, was ihr alle verdient. Hat er sich dann entschieden, nach seinen jämmerlichen Verbündeten zu suchen? Mann, die drei größten Königreiche der Menschen waren eine selbstverständliche Wahl. Ja. Shaira, was hat er sich dabei gedacht, dass er das schreckliche Reich der Vergangenheit wiederherstellt? Mann, das hat das Auge gewerkt. Schon sehr bald traten große Probleme auf. Hauptziele. Sprecht mit den Herrschern der drei Königreiche der Menschen. Oh, das wusste ich gar nicht. Na gut, da muss ich dieses Mal finden, wahrscheinlich. Und Urias muss am Leben bleiben. Können wir die nicht abspeichern und am Ende wieder herholen. So, was haben wir hier? Äh, was bin ich denn hier? Adept der Magie, tapfere Magier. Lassen wir mal so. Das ist ein normaler Schwierigkeitsgrad, meine ich. Ähm, ja, hier muss man aufpassen, dass man immer genug Nahrung und Gold hat. Das muss man immer gut auszerieren. Dann kommt man noch einigermaßen weiter. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich wartet hier. Hier, Hunger lebt doch in der gesamten Wirtschaft. Siehst du, da steht's doch. Ach, ist das schön. Das ist immer so warm draußen. Schönes Spielchen. Tasse Kaffee. Hm, ja. Ah, da war ich sicher, dass Schagirer Frieden sucht. Aha, aha, aha. Weiter. Ich erkenne dich nicht wieder, Bruder. Du hast gesehen, was sie getan hat. Warte mal, ich mach mal hier. Pause. Ne, da passiert mir zu viel, das was ich jetzt nicht mitkriege. Was haben sie denn hier? Irgendwas gefunden, Schätze gefunden, gehoben. Ich muss mal gucken, was haben wir hier. 143, 150, 150 stein bloß. Und 60, 160 stein auch nur. Oh, 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 oh. Hier, Nahrung muss. Oh, 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 oh. 50 von 50. Also Häuser bauen. Oder aufwerten. So, warte mal. So, und dann, was machst du? Ah, weiter automatisch. Okay. Muss ich mir merken. Du hast gesehen, was sie getan hat. Ich werde mich nicht zurücklehnen. Ich habe dieses Schloss hier nicht ohne Grund errichtet. Ich verstehe. Die drei größten Königreiche der Menschen sind hier. Wenn du sie davon überzeugen könntest, sich dir anzuschließen, könntest du das alte Menschenreich wieder aufbauen. Das größte der Welt. Emmerich, wir müssen Kraft gewinnen und eine Macht werden, mit der Schalierer rechnen muss. Jetzt kommt eine Anweisung. Klickt danach auf einer Insel eurer Wahl mit der rechten Maustaste auf dem Boden, um das Flaggenmenü zu öffnen, und wählt das Geologie-Symbol, um eine Geologie-Flagge aufzustellen. Euren Entdecker werden danach auf der Insel nach versteckten Ressourcen suchen. Das ist ja völlig zusammenhanglos hier. Naja, gut. Das ist ja wohl schon erforscht hier, ne? Da ist ja nicht viel los. Da ist ja gar nichts. Aber das ist auch noch Fragezeichen. Aber da kann man nicht mehr viel bauen. Hier haben wir auch Fragezeichen. Was haben wir denn hier? Ein Wohnhaus und ein Marktplatz. Mal gucken, was haben wir denn überhaupt für Sachen hier? Da haben wir Stein. Und null Holz. Und hier haben wir auch Stein. Und Rubine. Schön, schön. Und hier. Da haben wir auch nicht. Die müssen überein noch erforscht werden, ne? Da haben wir auch Rubine. Rubinje, der raubt der Rubinje-Rinnen. Hier haben wir Eisen. Und hier haben wir noch gar nichts. Weil die gar nicht zu uns gehört. Also, die sind alle verbunden hier, ne? Keine Arbeit dazu gewesen. Das wollen wir gleich mal ändern hier. Ne? So, da. Holz. Stein. Überall Arbeit dazu weisen. Ne? So. Was haben wir hier noch? Steinmetz. Der ist aber doch hier. Stein. Ist hier noch ein Steinmetz? Holzfällerhütte. Keiner zugewiesen. Dann machen wir das erstmal. Machen wir erstmal einen hier, ne? Steinmetz. Wupp. Der hat. Und Wupp. Holzfäller auch erstmal einen. Wupp. So, wie sieht das aus mit dem Gold? Nahrung. Wir brauchen ein Gebäude. Hier ist ein Wohnhaus. Das können wir erstmal hochheben. Und das Schloss. Können wir das upgraden? Ne, wir gucken erstmal jetzt, was wir hier an Sachen haben. Hier haben wir noch gar nichts. Hier ist ein wilder Adler. Den müssen wir uns gleich krallen. Hier haben wir einen Bauernhof. Und die Insel hat, keine Ahnung, was die noch hat. Und hier, das war ein Wohnhaus. Und da ist eine Rubinmine. Oh, wie schön. Und die hat auch schon einen Arbeiter. Ja, sehr schön. Also hat das doch was gebracht, wenn ich da hier oben drauf klicke, ne? Das wollen wir aber nicht zu viel machen. Jetzt wollen wir... Hier ist ein großes Teil. Da klicken wir erstmal auf Geologe. Hier kann ich die Priorität erhöhen. Aber das wollen wir jetzt nicht. Das reicht. So, da haben wir den erstmal angeschoben. So, haben wir denn irgendwo überhaupt Steinabbau? Steinmetz, da ist er. Gut, dann machen wir hier erstmal Nahrung. Bauernhof. Da sind schon fünf drin. Die verbessern wir erstmal. Und das Wohnhaus. Das belegen wir erstmal mit fünf und liften das gleichzeitig. So, das haben wir erstmal genug ausgegeben. Jetzt sind wir bei Nahrung nämlich schon im Minus. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Er hat uns gemacht. Das ist nur das Gold hier, ne? So. Und hier ist noch ein Bauernhof. Der hat neun von zehn. Dann machen wir da nochmal einen dazu. War das Leertaste? Warte mal. Jo. Gut, wir klappt das. Die werden jetzt abgedatet hier. Ne? Und dann muss ich gucken, dass hier die Nahrung gleich vernünftig wächst. Dann geht das Gold runter, aber... So, jetzt hier kommen fünf. So, jetzt sind wir hier auf 2,5. So, ihr habt einen Bauherrnbonus entdeckt. Gut, das ist gut. So, machen wir erstmal Pause. So, jetzt machen wir hier... Ach, das ist schon ganz hoch. Magierab wie so nur 14.000. Was fehlt mir denn hier? Ach, Befestigungsstufe. Die muss ich... Also eine Verstärkung muss ich machen. Okay, dann machen wir das. Uns kann ich das gar nicht upgraden. Was haben wir hier? Ein Wohnhaus. Und einen Marktplatz. Was haben wir denn da schon freigeschaltet? Handel. Fähigkeiten. Finanziell unabhängig. Den täglichen Sorg des Helden. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Helden habe ich denn hier. Muss ich mal gucken. Einheitenliste. 1, 2 Helden habe ich. Aber rechts zeigt ja immer, wo man die denn rekrutiert. Also hier Entdecker, Entdecker, Entdecker. Ravel. Das wollen wir schon mal rekrutieren. Wo denn? Hier. Kann ich jetzt nicht. Okay. Und hier vielleicht Schützenmeister. Der wird rekrutiert. Aber den kann ich nicht. Also muss ich erst einen Rahmen des finden. Gut. Okay. Jetzt wollen wir mal sehen. Den haben wir dahin geschickt. Dann sollen die hier den angreifen. Und dann ziehen wir uns das Ding erst mal ran. Und dann können wir nämlich schon mal fliegende Einheiten schaffen. So. Was haben wir hier hinten noch? Da ist auch Fragezeichen. Überall Fragezeichen. Aber da haben wir schon eine Mine. Und hier? Da haben wir nur 10. Und hier haben wir... Äh. Haben wir Metall. Warte mal. Hier haben wir doch schon eine Algenminie. So. Was wir brauchen sind... Mehr Wohnungen wahrscheinlich. Dann machen wir den auch noch mal einen hoch. Und dann gucken wir mal, was da draus wird. Wupp. Diese Brötchen gehen schon runter. Guck mal hier. Da müssen wir noch... Da müssen wir noch was tun. Aber da ist ja schon wieder weniger. Jetzt sind wir auf 2. 2,2. So. Das ist der, den ich rekrutiert habe. Schützenmeister ist hier Teil unserer Armee. Gut. Wo ist das Wohnhaus? 4 von 10. Dann machen wir noch mal... 6. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Gold. Und dann machen wir hier... Noch... 1. Dann haben wir mehr Brot. Dann machen wir noch mehr. So. Jetzt haben wir 4,6. Jetzt sind es noch 3,6. Siehste. So. Jetzt haben wir wieder weniger Gold. Aber... Im Moment läuft es hier. Er ist schon am Ackern hier. Der macht ihn schon... Schon kille kalle. Ist er hier schon am Gucken? Ja. Entdecker. Der guckt schon. So. Weiter. Danke. Ich dachte, es wäre ein stärkeres hier zu zähmen. Jetzt haben wir hier... So geht der Brot wieder runter. So. Warum geht das wieder runter? Wir haben noch einen. Dann haben wir den mal abliften. Denn Essen... Ohne Essen ist hier gleich... Äh... Die braune Masse am Lamm fällen. So. Wohnhaus. Dann lüften wir den auch mal ab. Nochmal. 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 Da fahren wir jetzt noch mal nicht bei. Robine. Habe ich 3,3. Gut. Hier ist überall im Plus. Jetzt. Da ist Plus. Und hier ist wenig Plus. Das ist nicht schön. Das ist immer das Wichtige. Da muss man die ganze Zeit drauf achten. Ich habe 5 von 10 Wohnhäusern. 63 von durch die Wohnhäuser begründeten 65 Bevölkerung. Okay. Was ist das hier? Holzbrücke. Der ist ja alles gesunde. Ach so. Das ist hier jetzt das Wohnhaus, was da angemerkert ist. Dann machen wir mal Wohnhaus-Update. Hat er hier schon was gefunden? Nö. Noch nicht so richtig. So. Hier geht schon wieder runter hier die Nahrung. Verbessern geht nicht. Das heißt, ich brauche Stein. Kuhle-Mine. Ich sehe jetzt das Brot schon. Oh, jetzt geht es schon wieder ins Minus. Verdammte Axt. Los, komm hier. 10. So. Jetzt habe ich erstmal Pause gedrückt. So. Jetzt müssen wir Wohnhaus 2 erstmal hier hochziehen. Mal gucken. Jetzt können wir weitermachen. Mal gucken. Ja. So. Gold wächst, aber Nahrung haben wir zu wenig. Sollten wir vielleicht noch einen Bauernhof bauen. Was haben wir denn hier schon? Haben wir jetzt alles freigeschaltet extra? Ah, Gott sei Dank. So. Bauernhof. Du kommst hier hin. Goldreserven sind knapp. Ja, aber das ändert sich bald. Hoffe ich. So. Wir müssen nur immer die Nahrung im Auge behalten. Sonst, wie gesagt, ist die braune Masse ziemlich am Dampfen. Ach, hier sieht man auch, wie viel man davon hat, jeweils. Was haben wir denn? Goldmine haben wir noch nicht. Diamantenmine nicht. Und Manaextraktor. Steinmetz. So haben wir einen. So. Jetzt sind wir im Minus. Ah, weiter. Machen wir mal hier. So, jetzt sind wir bei 5. Wohnhaus verbessern. Was ist das mal hier? Ach so, der Pfeil gehört dazu. Und das ist hier auch noch ein Wohnhaus 2. Wachtturm 2. Wohnhaus 2. Holzfällerhütte 1. Geht schon wieder die Nahrung auf 1,4. Was soll denn das? My Lover. So, Hauptsache, das steigt erstmal hier. Das ist wichtig. Aber am wichtigsten ist hier die Nahrung. So, jetzt haben wir hier noch keinen drin. So, jetzt. Jetzt haben wir 4,1. Plus 4,1. So, jetzt haben wir wieder. Warte mal. Das wird jetzt ein bisschen. Wohnhaus 1. Da können wir erstmal noch einen einquartieren hier. Jetzt haben wir noch ein bisschen noch einen. Jetzt haben wir wieder. Mehr geht nicht. Okay. Dann machen wir hier nochmal einen dazu. Jawohl. So. Das lassen wir erstmal steigen. Aber mehr geht hier auch nicht. 3. So. Gut. Und dann können wir hier das Wohnhaus upgraden. mal gucken. Wir haben 70 von 70. Dann haben wir, ich glaube 75. 70 von 75. Mal gucken, wie viel das bringt. Das sehen wir hier oben. Jetzt ist er fertig. Ja. 75. Gut. Dann können wir hier jetzt gleich noch. Aha. Jetzt sind automatisch 3 drin. Jetzt sind 5 drin. 6. Gut. Und hier. Den reden wir auch gleich mal ab. für Zubidubi. Wir müssen ja ordentlich was produzieren. Hier ist noch alles im grünen Bereich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Plus Diamanten haben wir noch nicht gefunden. Ne. Hier haben wir Kohle und Stein. Stein wird abgebaut. So. Hier sind keine Diamanten. Aber Rubin. 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 So. Dann machen wir erstmal hier. Pause. Ach. Klebt noch alles vom Schwitzen hier. So. Jetzt wollen wir Rubin. 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 Geht das nicht? Ist der schon voll hier? Eins von drei. Äh. Das macht mich jetzt stürzig ruhig laufen lassen. Ob das denn geht? Die haben wir doch Rubine. Oh nein. Oh nein. Ne. Quatsch. Ich bin doof. Ich guck da ganz oben in die Leiste. Die oder runter. Die Leiste ist ja entscheidend. Also erstmal weg damit. So. Da haben wir soweit nämlich Gonyx. Das ist alles nur. Hier können wir Obsthöfe bauen. Kohle. Und Stein haben wir hier. Aber Kohle ist am meisten. So. Hier haben wir Eisen. Und Holz. Und wir haben hier eine Eisenmine. Da sind drei drin. Hier haben wir eine Holzfelderhütte. Da sind vier drin. Und ein Wohnhaus. Okay. Und hier haben wir Spätturm. Den können wir nicht ableveln, weil wir kein Gold haben. Äh. Geht das wieder los mit dem Goldmangel. So. Und den könnte ich jetzt Upgraden. Aber mir fehlt auch hier Gold. Gut. Warte mal. Irgendwo gab es doch die Möglichkeit. Der Handel. Ne. Handel will ich nicht. Ja. Reduziert den täglichen Sold des Helden um 0,5 Gold. Das sind Kleinigkeiten. Aber wenn man mehrere Helden hat. Dann machen wir das mal. Und Gold ist gestiegen. Schön. Gut. Und. Noch einen. Jawohl. Guck mal. Siehst du die Fäden hier? Die holen sich das dann als Fähigkeit quasi ab. Ne. Ich hab drei. Ne. Noch eins. So. Dann haben wir jetzt erstmal. So. Dann. Lassen wir mal weiter laufen. Aber ich will erst noch mal gucken. Was ich hier habe. Hier habe ich. Schon eine Rubinmine. Und Holz. Holz habe ich hier noch nicht. Hier ist ein Rabennest. Oh. So. Hier. Kann ich jetzt erstmal Raben. Kann ich nicht. Jetzt habe ich zu wenig Gold. Okay. Aber die holen sich die Krieger dann. Die zähmen die dann. Und dann haben sie ein Flugtier. Was natürlich sehr praktisch ist. Muss ich warten bis genug Gold da ist. Hier wird jetzt erstmal. So. Jetzt ist einer. Ist schon mal da. Ne. Und den kann ich erst. Guck mal. Das zeigt sogar an wie viel noch fehlt. In Rot. Finde ich gut gemacht. Dann bin ich zwar auf null. Aber da ist ja plus zwölf. Also von daher. Können wir damit leben. Und wenn die nämlich fliegen. Dann sind sie auch stärker. Guck mal. Da läuft jetzt einer hin. Das sieht man an dieser weißen Linie. Da holt sich jetzt einer. Von den Raben. Und. Wusch. Der nächste. Jetzt haben wir hier. Rekruten. Zwei von zwei. Mehr können wir nicht ausheben. Ne. Kreaturen warten darauf gezähmt zu werden. Da geht schon der erste hin zum zähmen. Und jetzt gucken wir mal. Wann der nächste. Wenn er jetzt ist. Ist er fertig. Da müsste ja eigentlich einer noch sich den holen. Ne. Oder. Wie viele Kriege haben wir denn hier. Können wir sogar noch einen Krieger machen. So. Gold steigt. Und Nahrung. Gut. Da hat er einen. Jawoll. Ihr habt keine Helden. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Wo kriegen wir jetzt Helden hier. Schützenmeister. Haben wir gar keinen. Äh. Machen wir mal Pause machen. Muss ich erstmal Pause machen. Und gucken. Habe ich überhaupt gar keine. Kaserne. Da muss ich jetzt mal sehen. Hier. Gucken. Ritter Garnison. Ah. Da ist noch keine. Gut. Da fehlt uns jetzt. 5. Die machen wir dann aber erstmal. Wissen wir immer in der Mitte. Aber ich mach die ganz rechts. So. Jetzt können wir hier. Ritter Garnison bauen. So. Dann kann der sich erstmal schon mal einholen hier. Ah. Wir haben keine Helden. Kommt gleich. Kommt gleich. Erstmal. Die Ritter Garnison bauen. Kriegsherrenbonus entdeckt. Das ist schön. Schild des Imperators haben wir entdeckt. Jawoll. Und noch wieder Rohstoffe. Das rekrutieren wir erstmal. Wenn wir genug Gold haben. Könnte ich ja jetzt beschleunigen. Aber das will ich gar nicht. Das bringt mir nur noch alles durcheinander. Gold geht gleich runter. Wenn ich da ein rekrutiert habe. Weil der ja auch Geld kriegt. So. Kosten pro Tag 2. Das heißt. Dann bin ich bei 6,4. Hier. Mhm. So. 18, 17. Oh. Da kommt schon einer. Und hier ist auch schon Kampf. Okay. So kann ich jetzt schon. Ist ja schon. Man sieht also. Man braucht doch erstmal. Genug Kämpfer halt. Die überall hier rumfliegen. Und dann. 40,000. Das finde ich blöd. Also knapp ihr Leben. Aber einen Ritter will ich noch machen. Der braucht ja auch noch bis der da hinten ist. Und sich dann den Raben holt. Wupp. 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 Da. Da. Da würde ich gleich noch ein paar Leute einquartieren. Dass das Gold wieder steigt. Eins. Ja. Jetzt. Zack. Gut. Dann wollen wir hier mal ein Angriffsbefehl geben. Ne. Erstmal hier. Angreifen. Und . . . Das geht halt nicht. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das war aber vorhin nicht so. Gebäude erobern, können die nicht, wenn das nicht mal eine Insel ist, so wie es aussieht. So, was haben wir denn jetzt? Gold haben wir jetzt weniger. Wohnhaus, machen wir mal hier. Da haben wir jetzt 15, machen wir 10. So, und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft mit der Nahrung. Das hier müssen wir jetzt reparieren. Die Holzbrücke, da habe ich noch nicht mal genug Geld zum reparieren, das ist übel. Also muss ich jetzt mal ein paar Leute noch. Wohnhaus 2 verbessern, aber da brauchen wir ja ein bisschen. Na, 75 sind 75. Und was kostet mich das, ein Wohnhaus zu bauen? Warte mal hier. Wohnhaus, das kostet nur 13. Dann machen wir doch mal hier ein schickes Wohnhaus hin. Und zack. Dann kann ich 80 Leute bewirtschaften. So, Gold steigt jetzt ein bisschen schneller. 2, was haben wir denn hier? 3. So, sind wir bei 15, eben haben wir 18. 4. So, ich soll mal gucken, ob wir hier eine Brücke bauen können. Ob das schon geht? Ne. Dann wollen wir mal. Wollen wir das mal so machen, dann ist die an der anderen nämlich auch schon gleich dran. So, und dann Brück. So, dann bauen wir jetzt mal eine Brücke. Nahrung läuft. Gold auch. Okay. So, mal gucken, ob wir jetzt hier angreifen können. Jetzt geht's. Aha. Gut. Das muss man also besitzen, das Teil, damit man da angreifen kann. Ügel, das Kreatur nicht im Nest. Macht nix. Bedeutet, eine Kreatur wird ausgebildet. Gut, die können wir uns dann nämlich gleich schnappen. Alder Nesserober hat 2 Rubine. Gut. So, und dann gucken wir mal hier, da können wir. Ne, können wir nicht, ich habe kein Geld. Aber wir können uns noch ein noch einen Ritter machen. Verbessern. Rittergarnison. Was haben wir, können wir uns leisten. So, und dann. Was bringt uns das? Verbessern. Lebenspunkte. Rekruten. Plus 1. Rekrutierungsstufe. Nichts-Rekritte. Fähigkeitstufe. Anforderung. Schloss 3. Gut, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Der kann sich jetzt hier erstmal so ein Adler holen. So, Schloss. Verbessern. Das haben wir jetzt. Das machen wir jetzt erstmal. Weil das erhöht auch die Magie-Reichweite. Wenn man jetzt mal guckt hier. diesen Kreis hier, der gestrichelt da ist. Das ist die Reichweite, wo man diese Inseln ranziehen kann. Und darüber hinaus kommt man nicht. Das wird jetzt nochmal 2000 mehr. Auf 16.000. Ja, und das war es dann. Weiter kann man das nicht upgraden, glaube ich. Oder? Ja, doch. Kann man doch nochmal. Also muss man auch noch eine Befestigungsstufe haben. Okay. Das wollte ich wissen. Also wird jede Stufe, jede Spielstufe, wird das ein bisschen mehr freigeschaltet, so wie es aussieht. So, was haben wir hier? Wohnhaus. Da sind wir schon bei 83. Dann machen wir hier erstmal noch. Einen kann ich noch. So. Gut, und dann upgraden. Jetzt haben wir zu wenig Futter. Da sind schon 10 von 10. Und hier. Wohnhof. Komm. Ich will Vorrat haben. So. So, jetzt haben wir das. Ja, sehr schön. So. Habe ich 8 plus und 18 plus. Das ist doch schon mal ganz gut. Ne. So, jetzt haben wir hier jetzt Eisenmine. Wir sind da drin. Wie viel Eisen haben wir denn überhaupt hier? 827. Da sind schon 4 drin. Das ist okay. Aber hier. Aber da plus 5. bringt uns das was. 423 haben wir. Wir müssten lieber eine schöne. So, die hier. Die müssen wir jetzt erstmal um Geologen erforschen lassen. Wo? Hier. Da kommt schon einer. Die hier. Wollen wir erstmal reparieren. Oh, Schatzkammer ist leer. Ja, ist sogar aufs... Ah, nee. Ich wollte gerade sagen. Ich war das noch auf minus 12. So, 218. So. Warum ist denn selbst die Nahrung wieder weniger? So, dann werden wir nochmal ein Haus hochdypseln. So, können wir dich auch nochmal hochdypseln? Was brauchen wir? Nur Kohle wieder. Überall. Naja, in diesem Falle ja Gold. Kohle haben wir jetzt. Kohlevorkommen gefunden. Höchste abgutstufige Wohnhaus erreicht. Gut. Aber wir haben Kohle hier gefunden. Oh ja, schön. Und Stein. So, dann wollen wir den Bauernhof gleich mal bei der 100. Oh. Na gut. Verfolgt die hier? Jetzt nicht mehr. Rubinlagerstätte. Da, das war's. Die ist erschöpft. So, was haben wir hier? Haben wir hier auch Rubin? Das weiß man nicht. Haben wir hier welche? Nein. Hier haben wir keine. Hier nicht. Da haben wir auch keine. Auch keine. Wir haben keine Rubine mehr. Oh, das ist übel. So, haben wir hier. Warte mal hier haben wir. Der ist noch nicht fertig. Dann kommt der wieder angeflogen. Der Typ. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo Rubine sind. Aber das wird mir jetzt nicht so direkt angezeigt. Mal gucken, wo sind denn die überhaupt die anderen Inseln? Also, hier ist noch eine Insel. Da ist noch eine Truhe voller Münzen. Das ist ein Rabennest. Hier ist auch eins. Dann muss das erstmal krallen. Das ist ein großes Stück Land. Und dann fällt er nicht immer über die her. Bornhof. Bornhof abgräben. Das ist auch schön, dass man das auch aus der Perspektive machen kann. Finde ich ganz praktisch. So, ich möchte jetzt eine Bridge bauen. Und das geht sogar ohne weiteres. Das ist schön. Und hier kann ich gleich auch eine hinbauen. Von wo baue ich die von da? Da brauchen wir... Da brauchen wir... Man kriegt auch immer 100 Gold, wenn man eine neue Insel hat. Das ist ganz praktisch. So, siehst du? Zack. Schon gestiegen hier. Insel verbunden. Da 100. Ne? Ja, so, was ist das hier? Verzauberung. Oh, da, da, da. Da kann ich jetzt nicht gucken. Ah. Da, da. Der haut auf die Brücke ein. Spinnt denn der? Dann ist hier. Nicht weiter. Also meine Jungs, das ist ein Bilder. Den muss ich denen jetzt erstmal angreifen. Ja, das geht doch, wenn man die nicht besitzt. So, hier machen wir es immer gelogen auf die Socken. Und hier bauen wir eine Brücke. Ach, war ja schon auf. So, Brücke. Nahrung haben wir ein bisschen wenig. Den hatte ich doch abgedatet. Dann muss ich ein Haus, ein Haus nochmal upgraden. Wohnhaus. Wusch. So, dann machen wir hier nochmal ein Reihen. Und. Na, das ist doch fertig da. Wohnhaus. Gut. Und hier. Können wir auch. Nochmal zack, bumm. Komm, da können wir dich sogar voll machen. Ja, so. Sehr schön. Und dann wollen wir mal gucken, wo haben wir denn noch was. Hier ist noch was. Mühle. Ach, was kann die Mühle denn noch? Den muss ja unbedingt updaten. Bonus, Produktionsbonus. Oh, das habe ich total verpennt. Leute, da müsst ihr doch Bescheid sagen. So, hier können wir erst mal angreifen. So. Dann wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir Nahrung, haben wir Überschuss und Gold haben wir auch. Gott sei Dank. Das ist sehr hilfreich. Wilder Rabe. Zack. So, hier ist der Geologe schon unterwegs, glaube ich. Ja. Aber noch nicht. So, hier sind alle noch untersucht werden. Wo können wir denn hier einen Geologen-Charter haben? Mal gucken. Geologische Untersuchung. Da machen wir mal einen dazu. So. Fähigkeiten anzeigen. Erhöht die Menge der Ressourcen. Ja gut, machen wir mal einen. Wir haben ja jetzt Kohle. Guckt ihr das an. Aha. Jetzt hat einer sich einen Vogel geholt. Ritter-Gardison. Verbessern. Bauherren-Bonus entdeckt. Hier, guck an. Holz und Stein. Sehr schön. Was ist denn da drauf? Wo ist es hier? Weiß man noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Stein. Ritter-Gardison-Upgrade fertig. Dann wollen wir uns auch gleich mal eingreifen. Jetzt gehen wir mal zum Marktplatz. Und dann wollen wir den auch mal liften. So, was haben wir hier? Mühle. Auch nochmal verbessern. Der ist jetzt Teil unserer Armee. Ja, schön. Haben wir noch ein Wohnhaus, das wir abreden können? Nee, da nicht. Holzfällerhütte. Wohnhaus, da können wir noch einen drauflegen. Komm, da. Drei, das ist schon drei. Und hier Steinmetz. Kohle, da ist noch Kohle da, gut. Und hier Mühle zwei. Sehr schön. Mühle, Kostentrotter, Produktionsbonus 0,3 pro Arbeiter. Ja, das ist gut. Das freut uns. Was haben wir hier? Hier haben wir Metall und Kohle. Hier haben wir nichts Tolles. Und hier haben wir Stein. Ah, Stein. Dann lassen wir uns mal hier eine Steinmühle bauen. Kohle, Gold, Eisen, Mana, Steinmetz. Kostet elf pro Tag. Aber wir haben genug Gold. Das können wir uns leisten. Und wenn ich das richtig sehe, müsste wenigstens überall einer reingehen. Ich habe überall einen Haken drin. Da müsste wenigstens einer drin sein. Dann wollen wir mal gucken. Meine Lagerstätte ist erschöpft. Kohle Mine. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Wir hatten doch eben hier irgendwo viel Kohle. 853 ist nicht viel. Aber das ist auch auf dieser hier. Ne, hier war das. Gut, dann machen wir da gleich mal eine Kohle Mine drauf. So. Aber er hat hier komischerweise kein Arbeiter drin. So. Dann haben wir das erst mal. Dann müssen wir hier aufpassen, dass wir da Was ist das denn hier? Ach so. Kohle Mine und 3. Auch 3. Erst mal 3. Dann gucken wir mal hier. Das bringt 22. Ah. So, jetzt können wir die Priorität erhöhen. So, wie sieht es aus? Nahrung haben wir. Gold haben wir. Gut. Oh, die hat mir die Mine weg. Hier. Reparieren. So, jetzt repariert er. Gut. Mann, das ist ja wohl ein Ding. Diese Lüppel. Hat man sowas schon gesehen? Nein. Also, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Mir macht das Spiel Spaß. Weil das auch nicht so hektisch ist. Obwohl, man muss hier aufpassen. Da gibt es ja gar nichts. So, was haben wir jetzt? Das haben wir Eisen. Wo haben wir denn noch Eisen? Hier haben wir Eisen. Das ist der Steinmetz. Achso, das ist ja auch Stein. Ich blöde mal. Hier ist auch noch Eisen. Und da haben wir jetzt erstmal eine Kohle Mine. Dann müssen wir hier auch noch eine Eisen Mine bauen. Ja, das darf nicht abbreißen. So, was ist mit unseren Wohnhäusern? Wohnhaus-Abgräte. Immer am Ball bleiben. Weil wir haben schon wieder alles hier. Alles belegt, ne? Ja. Wohnungsnot. Da steht es doch auch. Guck mal. Immer wenn es voll ist, dann ist Wohnungsnot. Jawohl. Vielleicht noch zwei reinmachen. Dann haben wir mehr Gold. Aber weniger Nahrung. Können wir den noch upgraden hier? Was brauchen wir? Ihr habt die Höchste erreicht. Marktplatz. Da könnten wir nochmal. 200. Aber wir haben keine Diamanten. Aber wir können mal gucken, was wir hier für Fähigkeiten haben. Finanzielle Unabhängigkeit. So, dann haben wir schon mal richtig ein bisschen für Gold wieder gesorgt. Dann machen wir drei. So, drei und drei. Wenn wir wieder Geld haben, dann holen wir uns auch noch was. So, hier sind jetzt drei drin. Und hier, gut, das lassen wir erst mal. Obwohl, 110 von 110 schon wieder. Das gibt es doch nicht, ne? So, und hier, den kann ich noch, den Bauern hoch. Dann machen wir das. Jetzt haben wir hier eine Eisenmine. Was bringt uns das hier? Lebenspunkte, ne? Den brauchen wir nicht. Aber den können wir jetzt mal wieder liften. Gold brauchen wir. Und Stein. Das wollte ich nicht, den wollte ich. Zack. So, da. So, da müssen wir langsam wieder Wohnhäuser bauen. Das ist eine Holzfäulehütte. Ja. Wohnhaus. Man muss hier relativ langsam voranschreiten. Wenn wir eins nach dem anderen machen. Und nicht gleich alles upgraden. So, jetzt kann ich erstmal meine Hauptstadt upgraden. Wie viele sind da drin? Dann können wir ruhig noch ein mehr reinmachen. Dann haben wir 14. So, sieben von 15 Häusern habe ich erst. Das ist doch schön. So, hier brauche ich noch 18 Steinen. Wo ist denn überhaupt der Stein? Steinmetz. War der hier? Nee. Moment, hier war der irgendwo auch nicht. Ach, die gehört uns noch gar nicht. Aber die kannst du schon mal gleich angreifen. Eisenmine. Kohlemine. Wo ist denn der Stein? Kohlemine? Das ist ja blöd. Das mal. Aber ich glaube, man kann hier... Eisenmine. Wo ist denn der Steinmetz? Wo ist der? Äh, will ich jetzt nicht. Nein, ich will den nicht bauen. Ich will den eigentlich durchschalten. Eisen und Kohle. Da ist Holz. Was ist da? Das ist nix. Da haben wir ja keine Steinmine. Das muss ja irgendwo so eine Steinmine sein. Verdammt tags. Ist auch bald erschöpft. Das ist doch auch nur so ein Haus. Diese Stein-Geschichte. Wohnhaus 3. Wohnhaus 2. Den können wir auch nochmal abliften. Das machen wir mal. Und... Da ist er. Steinmetz. Wohnen wir mal hoch. So, wie sieht es aus dem Geld? Auf jeden Fall läuft das jetzt. Da haben wir jetzt... 6 drin. So. Jetzt machen wir mal das Schloss. Und vergesse ich das doch noch. Dann fehlt uns wieder die Kohle. Und... Diamanten. Hier sind doch 40. 40, 40 steht da. Ach, die fehlen. Befestigung Stufe 2. Gut, das können wir ja machen. Die können wir auf jeden Fall befestigen. Bauernhof. Da arbeiten alle. Hier. Machen wir auch nochmal ein mehr. Da haben wir da. Jetzt haben wir weniger Gold. Wo habe ich das letzte Haus gebaut? Hier war das glaube ich, ne? Wohnhaus 3. Wohnhaus 3. Hier. Hier. Das wollte ich jetzt nochmal upgraden. Hier können wir auch gleich wieder Arbeiter einquotieren. Dann haben wir mehr Gold. Dann haben wir zwar weniger Nahrung, glaube ich. Aber wir werden sehen. Jetzt haben wir wieder 17 plus im Gold und 14 Brötchen. So. Die. So, was ist hier mit? Da blinkt der ja immer. Aber hier. Verbessern. Aber ich habe keine Diamanten. Ich habe keine Diamanten. Hier haben wir auch keine, ne? Da haben wir ja Stein, haben wir jede Menge. Den können wir nochmal hochziehen. Das kostet nur Gold. Das macht nichts. So, hier. Und ich sage, ihr könnt doch nicht einfach da angreifen. Wo die Garnison ist. Jetzt muss ich erstmal warten, dass ich wieder mehr Kohle habe. Wohnhaus 3. Hier können wir nochmal das Wohnhaus, das können wir nochmal hochleveln. Weil die sind ja alle beschäftigt hier. Wir haben 118 Arbeiter und 7 Einheiten. Wohnungsnot. Hüste. Dann bauen wir gleich nochmal eine Wohnung. Ein Haus. Hier können wir noch ein Haus bauen. Ne, hier geht gar nichts mehr. Hier haben wir 3 von 3 gebaut. Was haben wir hier? Gar nichts. Weil, was haben wir hier? 0 von 1. Dann machen wir hier nochmal ein Haus. So. Dann haben die das auch nicht so weit zur Arbeit, finde ich. Ne. So, und dann müssen wir einen Bauernhof bauen. Das heißt, Mal gucken, wo wir noch ein Bauernhof bauen können. Hier vielleicht. Was haben wir denn hier? Da haben wir 0 von 1. Da könnten wir noch einen Bauernhof bauen. Jawohl. Gut. So, und das hier. Liften wir gleich mal. Dass wir keine Wohnungsnot haben. Im Moment haben wir keine. So. Einheiten. 26 Arbeiter. Wo, wo, wo. Der hat keine Arbeiter. So, und du kannst auch nochmal abgetetet werden. Abgetet. So, was haben wir hier? Gebäude erobern. Wie sieht das aus mit Nahrung? Wohnhaus. Und nochmal. Geld geht wieder runter, aber es geht voran. Insgesamt gesehen sind wir auf dem aufsteigenden Ast. Was haben wir denn hier? Hier haben wir schon viel. Wir haben nur Stein noch nicht so viel. Das verbrauchen wir jedes Mal beim Bauern. So, und Diamanten brauchen wir. So, jetzt müssen wir gleich mal eine Insel unschnappen. Eilen ist alle. Da ist auch keins mehr. Bisschen langsam eng hier. Hier ist noch. Ne, da ist. Kohle ist hier. Kohle. Kohle und Stein. Oh, ich brauche jetzt Eisen. 301. Da ist eine Eisenmine. Gut, die bauen noch ab. Dann wollen wir uns mal eine Insel aneignen. Mal gucken, wo haben wir denn eine große? Die hier ist ganz groß. Die können wir sogar so kriegen. Mal gucken. Ja. Und dann können wir nämlich hier erstmal erobern lassen. Eine Kreatur wird ausgebrütet. Bla bla bla. Das schicken wir gleich jetzt mal unsere fliegenden Streitkräfte hin. Schon wieder alles voll. So, angeräufelt. Zack. Den können wir auch. Ritter-Garnison. Guck mal, da machen wir den auch mal. So, wie viel Kohle ist denn hier noch drauf? Das ist auch nicht mehr viel. Stein, Eisen. Stein ist hier noch drauf. So, was können wir denn machen, wenn die da durch sind? Das können wir auch nochmal upgraden. Hier, den Bauernhof. Meine Nahrung ist wichtig. Und eine Hütte bauen. So, wie das aussieht, habe ich schon wieder alles voll. Dann wollen wir nochmal eine Hütte bauen. Dann bauen wir hier nochmal eine Hütte. So. Wir haben ja einen Bauernhof gemacht. Müssen wir jetzt Arbeiter unterbringen. Und gleich ab. Die Post. Jetzt müssen wir hier. Der ist jetzt. So, Rekruten. Eins. Zwei. So, jetzt werden zwei hier rekrutiert. Und da liegen noch eben zwei rum. Die können sich die Vögel schnappen. Wohnhaus-Upgrade fertig. Dann können wir hier noch einen Upgrade machen. Das haben wir alles gut. Steinmetz 3. Der ist schon voll belegt. Gut. Dann müssen wir hier jetzt einmal einen Geologen hinschicken. Dass der mir sagt, was hier eigentlich alles so Sache ist. Da haben wir auf jeden Fall Stein schon mal. Da können wir da auch schon mal einen Stein abbauen. Hier, der hat jetzt einen Vogel sich geschnappt. Und da kommt der nächste. Der schnappt sich den zweiten. Also die zähmen das wilde Tier. So, jetzt kommt er. Und der hat ihn auch für den zweiten. Sehr schön. Ne, ich glaube, dann sind die auch viel stärker, wenn die. Apropos stärker. Jetzt gucken wir mal nach, was wir hier noch. Ritter. Ach, das wollte ich gar nicht. Na ja, ist egal. Rittergarnison. Verbessern kann ich nicht. Habe ich keine Schmiede. Äh, Moment. Keine Schmiede. Sofort eine Schmiede hierhin. Dann haben die nämlich überhaupt keine dollen Fähigkeiten, die Jungs. Und das ist Sheet. Ne, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir was kaufen können. Was haben wir? Brot läuft und Gold läuft. Gut. So, jetzt können wir nämlich hier Fähigkeiten anzeigen. Jetzt kaufen wir erstmal 1, 2, 3, 1, 2, 3 und abwehren 1, 2, 3. So, Ritter, 1 von 4, 1 von 4, 0 von 4. Da haben wir jetzt schon 2, sich das abgeholt. Das ist regeneriert und da ist der Angriffswert erhöht. Ne, davon brauchen wir eigentlich noch mehr. Wie können wir denn da uns leisten? Da auch nochmal. So, dann werden die dann freigeschaltet. Höhere Gebäudestufe erforderlich. Okay. Jetzt haben wir erstmal. Hier, die holen sich das hier ab. Und den machen wir jetzt mal Ubleveln. Dann können die nämlich die nächste Stärke erreichen. So. Hier wollte ich doch noch Stein abbauen. Industrie, Steinmetz. So. Gut. Weil das wird immer ein bisschen knapp. Das ist nicht viel da, ne? Lass mal gucken. Hat da gleich Leute drin hier? Ne. So. Dann machen wir erstmal 2, 1 da rein. Wir brauchen schon wieder Hausupgrade. Wohnhaus 3. Wohnhaus 3. Wohnhaus 3. Was haben wir denn hier? Stein und Kohle. Das ist nicht viel. Dann haben wir hier noch ein Wohnhaus. So. Jetzt haben wir irgendwo genug Arbeiter. Ich habe auch 9 von 17 möglichen Häuser gebaut. Gut. Gleich noch mal abgeräten und abgeräten. Das bringt uns ja das Gold hier, ne? Aber wir brauchen auch immer Nahrung. Und die kosten natürlich auch die Häuser, aber zack, noch mal. Jetzt sind da schon 3 drin. Jetzt haben wir 163 von 17. Ja, 75. Gut. Rekruten. Da können wir 1, 2 rekrutieren. Und haben wir denn überhaupt genug? Können wir hier noch? Keine Schlotze frei. Dann müssen wir ein neues Ding bauen, ne? Was ist hier? Schmiede. Machen wir das noch. Fähigkeiten. Hier haben wir. Und hier Angriff. Machen wir lieber einmal. Ein wenigstens, ne? So. Die können die sich da abholen. Steinmess. Er hat schon 5. Gut. Mal gucken, wie läuft denn das Steinmess? Also Stein, 25 plus. Kohle, da haben wir Vorrat. Da haben wir auch. Holz auch. Okay. Dann können wir jetzt mal gucken. Was ist hier so los? Nicht viel. Und hier auch nicht viel. Aber die brauchen wir auch mal andere Rand. Eisen ist erschöpft. Oh, was sehe ich hier? Hier sind Diamanten? Ah. Sofort. Das muss ich sofort ausnutzen. Und dann bauen wir noch ein Haus. So. Wieso, der hat sich schon wieder eingeholt hier. Ihr habt keine Helden. Gut, ich wollte ja auch nochmal so ein Rittergarnison bauen. Die bauen wir dann auch hier hin. Dann haben wir weit entfernt voneinander. Und dann ist gut. Dann können wir hier noch ein Ritter bauen. Dann können wir hier noch ein Ritter bauen. Und der zähmt sich das Viecht da. Und dann ist es auch gut. Ja, wieso ist hier keiner drin? Und du sollst erstmal rekrutieren. Und verbessern. Der müsste sich denn gleich hier den letzten Raben erholen. Aber jetzt haben wir hier, guck mal, die haben ein schönes Ding. So, hat er jetzt schon. Na, sehr schön. Okay. Wie sind wir beim Essen? Da sind 15 drin. Da sind 15 drin. Und da sind auch 15. Da müssen wir ja noch so ein... Erstmal den hier bauen nochmal. Gut, das ist gut, dass wir den da bauen können. Das kommt auch immer auf das Land an, ne? Das ist klaro. Hier ist gar nichts mehr. Hier können wir dann auch einen Bauernhof bauen. Und den können wir auch mal verbessern. Fähigkeitenanzeigen. Finanzielle Unabhängigkeit. Gut. Kaufen wir. Hier haben wir noch einen über. Die holen sich das ab. Und wenn der aufgelevelt ist, dann ist das hier auch. Reduziert den Tätigen sollte es helfen und 2 Gold. Aber da habe ich nicht genug Diamanten da. Das lassen wir lieber, ne? Die Diamanten, die brauchen wir bestimmt noch. Für unsere 35 brauchen wir noch. Gut. Da wird nirgendwo jetzt mehr was ausgegeben. Was Diamanten angeht, jedenfalls. So, hier. Bauernhof ableveln. Langsam kommen wir in die Pette hier. Da kriegen wir, haben wir Gold. Und da haben wir 1600 Nahrung. So muss es sein. So, dann können wir uns jetzt hier drum kümmern, dass wir hier jetzt nochmal wieder ein an Land ziehen. So, und dann können wir hier gleich den Geologen hinschicken. Und wir kriegen erstmal 100 YOLT. Jetzt gleich, ja. Sehr schön. So, Biologe. So, da können wir eigentlich auch gleich ran, wahrscheinlich. Da ist ja gar nichts drauf. Aber egal. Sehr schön. Das kostet uns nichts. Die Diamantenmine. Haben wir noch Arbeiterüber? Es ist so ein, ne? Rittergarnison hier. Wohnhaus 3. Ist schon wieder alles. Alles vergeben. Können wir näher, wo wir bauen. Warte mal hier oben war doch noch, ne? Da. Hier können wir sowieso noch einbauen. Ja, da ist ja auch nichts weiter. Jetzt haben wir eins von eins da. Gut. Können wir auch mal ablehnen. Hier. Der erhöht die Reichweite, die Nebel des Krieges. Da können wir weiter gucken. Und du bist schon fertig. Dann machen wir dich auch gleich nochmal wieder hoch. Und pro Insel kann man auch ein Haus mehr bauen, so wie das aussieht. Hat sich ein Vogel gegriffen? Oder nicht? Und nochmal. Wie sieht es aus mit Nahrung? Ja, ich wollte ja jetzt noch einen. An den Bauernhof habe ich ja gebaut. Aber den kann ich nochmal ableveln. Zack. Nochmal. Sehr schön. So, das steigt hier um 20 und das um 77. Jetzt warten wir, dass wir genug Diamanten haben. Das heißt, wir könnten hier mal mehr Power reinmachen. Ne? So, 2,6 und noch einen, oder? Ja. So, dann geht das nämlich schneller, dass wir auf die Zahl kommen. Und, aber der plus 5, ja, machen wir ja egal. Oh, da können wir noch einen. Ne. 20, ja, haben wir doch. Macht der nicht. Oder ich bin zu doof. Können ja auch sein. Kohle-Mine, wie viel haben wir denn hier noch? Da ist ja nicht mehr viel. Die ist gleich zu Ende hier. Der auch. Und was hast du hier entdeckt, Junge? Aha. Da haben wir sogar Gold. Aber nur 200. Und Kohle. Gut, dann bauen wir da eine Kohle-Mine. So, wo haben wir denn jetzt das Haus gebaut, da oben? Ist schon wieder... Äh, ich brich zusammen. Also noch ein Wohnhaus. Hier, so, noch eins. Zack. Sonst kommen wir nicht auf den grünen Zweig hier. Wir haben schon 205 von 205 wieder. Ja, die werden dann immer weiter aufgestockt. Da, wo sie... Wo sie nur 3 von 5 haben, dann werden es mehr, ne? Hh, 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 hh. Eins, zwei, hh. Das machen wir gleich noch. Aufstocken. So, hier. Wie viele sind hier drin? Eine, da machen wir mal. Ah, jetzt macht er automatisch schon 2. Das ist gut. und wusch und nochmal und zack bumm schützenmeister spielturm da könnte ich jetzt auch noch mal und den leveln wir auch noch mal ab jetzt wollen wir mal paar türme bauen wo können wir den türme gut gebrauchen hier kann ich doch kann man gar nicht da muss man auch ein haus oder hier geht das ja ja gut oder ja dann hat er schon mal die brücke zu bewachen und hier und hier haben wir erst mal ein paar dinge angeschmissen was kohle ja das haben wir gewusst da müssen wir jetzt hier auch was bauen können wie sagt er weg nee waarom nie da geht es aber hier kann ich nicht entfernen steine entfernen ist ja blöd dann kann ich das nicht erfährt gut das kriegen wir irgendwann noch aus so was haben wir an nahrung jetzt 95 nur noch mit der kann hier können wir schon mal weiter gucken den können wir uns jetzt auch eigentlich so holen wahrscheinlich aber den können wir uns holen hier 100 so was haben wir hier ach ich bin ja blöd da ist ja schon naja gut dann ist es halt so wie es ist warum nicht dann machen wir ein dreieck den löffeln wir nochmal auf aber was ich wollte ist ein bauernhof bauen hier kann ich noch einen bauen das ist gut ist der schon voll ausgelastet sehr schön und dann haben wir den hier und aber keine häuser mehr also doch mal ein haus bauen hier geht nichts mehr hier geht auch nichts mehr auch nicht auch nicht da kann ich noch einbauen ich muss erstmal das haus hier fertig haben wenn das fertig ist dann müsste das eigentlich hier schon automatisch gehen mal gucken so spiel rechnet spiel rechnet und 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 abläufeln und abläufeln das ist wie man so sagt repetitiv ne aber man muss langsam vorangehen sonst kommen wir nicht klar ich muss ja noch mit den anderen königen sprechen und noch mal da können wir den jetzt hier auch noch mal abläufeln da sind fünf drin hier da 20 was war das hier mit der insel ach so ich wollte hier gucken jetzt kann ich den hier ja verbessern das ist schön mal gucken ob die magie reichweite denn noch weiter geht als 16.000 müsste eigentlich was sind das für geräusche aber irgendwelche abbauten ne so 18.000 sehr schön und nochmal denn bräuchte ich 67 gut also muss ich aufpassen dass ich die nicht woanders verklemmert das ist gut das ist gut und jetzt haben wir aber auch nur noch 14 also noch vier stück die ich bauen kann was haben wir hier 1 von 1 und hier haben wir 0 von 0 ist nichts mehr drin und hier und hier in 3 von 3 und hier sind einfach von 1 hier kann ich noch etwas hier kann ich noch eine hütte bauen was ist das hier steinmetz was ist denn mit dem steinmetz den kann ich nochmal abläufeln hier der muss der muss mehr leisten und hier was kann ich denn hier machen hier ist nichts weil ich war hier schon geologe weiß ich nicht weiß ich nicht kohle haben wir denn noch 255 überhaupt gar nicht abläufeln das ist rausgeschmissen ist rausgeschmissen ist gold schade dass man hier nicht mehr drauf bauen kann das ärger mich ein bisschen aber gut jetzt wollen wir mal gucken was wir uns als nächstes an land mal gucken wo sind denn überhaupt noch ja also hier ist noch eine hier kommen wir aber nicht ran oder warte mal doch da kommen wir überall jetzt ran mit dem schloss können wir das knacken dann dann gucken wir mal hier dann schicken wir mal dann nehmen wir die erstmal hier einmal 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 und hier keine strömung die warte mal der war ja da oben irgendwo dann machen wir das mal hier dann machen wir das mal hier so und eine Brücke bauen so toll da knatscht dagegen so so und dann können wir hier gleich biologen beauftragen wer weiß was da drauf ist ne so und dann können wir hier gleich so jetzt wollen wir erstmal sehen wenn der fertig ist müsste man ja hier mehr sehen können insel verbunden plus 100 ja das ist gut so nahrung plus 30 gold plus 115 gut 21 diamanten haben wir aber das bin das nicht voran nicht wirklich so was haben wir hier oben noch hier ist noch eine wo wir die noch nehmen hier auch das gibt hundert ne ach geht gar nicht da muss ich schon wieder diese arcane stremung machen denn machen wir die mal hier hin oder ich sehe das so schlecht jetzt kann ich es besser sehen so Brücke so und dann beauftrage ich meinen biologen hier zu suchen dann ziehen wir uns hier auch noch an Land hier und dann machen wir mal hier so einfach so zack Jigigigigigigigigig was ist hier wieder nicht warum geht das nicht ach barbara denn sollen die diese mal angreifen wenn vielleicht nicht das da dran ich würde sehen wohnhaus ist schon alles hoch und er ist auch erledigt hier ne stein was können wir denn hier erbauen auch konix ein bisschen holz dann bin ich aber gespannt ob ich dann wenn die da erledigt sind ob ich dann diese Sachen bauen kann ja kein platz gegnerische einheit was findet er da drin in der truhe ja 150 gold aber ich kann hier immer noch nicht das ist ja merkwürdig denn das dem mal hier zwischen gehen dann können wir da nämlich schön zwei übergänge machen das ist vielleicht gar nicht so schlecht da bin ich auch mal gespannt was das jetzt wird man aha hier guck mal da ist er schon so und hier auch sehr gut dann haben wir es wenigstens da jetzt und dann wir auftragen wir über unseren geologen manner vorkommen hier muss man ja auch mann irgendwo war doch hier mann da mann extraktor sofort zack brauchen brauchen wir zu zaubern weil ich so viel zauber das haben wir 30 nahrung 117 gold das ist okay so hier hatte ich hier schon den beauftragt den geologen jetzt aber so hier haben wir da haben wir nichts mehr offen hier sind das haben wir hier ein steinmetz hier ist auch mann kommen mann und was haben wir hier noch und die rubin ja was macht man nicht alles für so ein paar rubin jetzt muss ich wieder hütten bauen jetzt habe ich keine arbeiter einmal zweimal da könnte ich auch schon gleich eine brücke bauen eigentlich das ist ja hier die leichteste übung das ist ja schön dicht dabei stein ja was zu erwarten wie haben wir denn stein haben wir echt wenig kohle ja steht da plus taste das wirklich mit der plus taste ist das kapiere ich nicht warum das nicht geht hier können wir ja nichts mehr bauen hier brauchen wir gelogen so haben wir hier noch was bauen hier haben wir ein haus gebaut machen wir gleich nochmal upgrade und wo haben wir das andere gebaut hier unten irgendwo ne ja so da wollen wir mal gucken was das wird hier der hat kein arbeiter zugewiesen jetzt aber so noch mal upgraden und du auch usch neues kohlevorkommen gefunden wo denn hier oder hier ne hier 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 ist ein coole vorkommen und mal gucken ob wir da überhaupt was bauen können da können wir nichts bauen verdammte axt ne Mist 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 verdammt her Mist verdammt her du hast keine Aue da jetzt hast du welche so hier ist holz da konnten wir ja nichts bauen 21 diamanten da kommen wir nicht mehr hin ja das was wir erwarten alle ist alle schmiede da kommen da machen wir noch mal nahrung wird knapp gucken ob wir hier hier könnte man noch so schön bauen jetzt sind da welche drin noch mal abgeräten und wir müssen häuser wo können wir noch ein haus bauen was haben wir denn hier überhaupt da haben wir nur holz da können wir nicht da können wir auch nicht hier nicht hier nicht hier nicht hier nicht steine entfernen piegelnest entfernen wo war denn die die mine die ich nicht weggekriegt habe war die nicht hier schade ich dachte da könnte ich jetzt vielleicht drauf bauen neues rubinvorkommen gefunden das nützt mir doch nichts hier können wir noch mal was haben wir denn hier noch dann bauen wir hier ein wohnhaus hier haben wir noch holz und hier den upgraden plus 15 gott sei dank wir gehen wieder in die in die plus stein mit da ist alles schon erledigt der ist auch ausgebaut wohnhaus ne wachtturm ich wollte gerade sagen das macht mich jetzt sogar stutzig okay dann lass uns noch mal welche an land ziehen hier aber das sind alles nur so kleine kleine misstinger hier und das ist doch nichts meine meine extraaktor aber es bleibt uns doch nichts übrig wir werden das wohl ja hier drücken und dann schicken wir hier mal zur erkundung ein hin dass ich daran kann und dann schauen wir mal ob ich den dann greifen kann mit der erkan strömung insel verbunden ja nahrung haben wir gold haben wir gut jetzt wollen wir sehen muss schon mal scharf machen also zaubern können wir noch das ist die grenze wo dieser zauber wirkt jetzt kommt er hier rum jetzt kommt er hier rum oder auch nicht ja da muss hier jetzt erst mal ein geologe hin und hier die tour was haben wir denn hier von hier haben wir holz gefunden bauernhof voll ausgebaut schon wieder habe ich brauche schon wieder wohnhäuser das gibt es nicht so dann machen wir das mal wohnhaus 17 von 22 so dann wollen wir jetzt mal dafür sorgen was haben wir hier denn eins von eins der turm hier können wir leider kalte kohle mine bauen ich versuche es noch mal ne mist ne mist kohle vorkommen gefunden hier zeigt er auch an jetzt machen wir den gleich noch mal ein höher und zack es hat ja keine arbeiter eine kohle mine und dann müssen wir mal wieder dafür sorgen eigentlich wollte ich ja noch so ein paar sollten anheuern die sind jetzt hier marktplatz marktplatz das kann ich ja hier noch fähigkeiten anzeigen ist es denn das ist sehr gut eine gute nachricht die kümmern leider nicht so anziehen wahrscheinlich probieren kann man ja mal ok denn wir sind ja schon mit kleinigkeiten zufrieden so jetzt haben wir wieder rohstoffe nahrung ist noch da jetzt haben wir kein holz mehr ok wo hatten wir denn so viel holz hier ne hier können wir auch noch holz bauen das ist das passt natürlich ganz gut dass wir nicht in die miesen kommen meiner 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 vorkommen gefunden hier oben hier jetzt machen wir erstmal hier die kohle erbauen jetzt sind nun gleich 55 drin das ist gut was haben wir hier keine arbeiter zugewiesen so wir brauchen wieder wohnhäuser man das geht aber auch ab hier schon alles aufgeht gedipselt immer gleich hochziehen hier ist auch noch ein wohnhaus war die holzfäller hütte auch hier ist das wohnhaus da brauchen wir nicht weitermachen hier können wir nichts machen die werden alle vollgelegt sein ja so was haben wir denn hier haben wir noch keinen geologen hingeschickt und hier haben wir einen hingeschickt so was haben wir denn hier noch hier können wir nichts weiter bauen aber wir haben jetzt hier kohleabbau gut den brauchen wir nicht beschleunigen wir brauchen stein stein ist viel wichtiger hier können wir im moment auch noch nichts bauen aber der geologe arbeitet daran so haben wir denn die nächsten fetten dinger hier können wir uns noch anziehen hier hinten da ist noch einer der den haben wir auch noch gar nicht auf den zettel den ziehen wir uns den mal ran und eine brücke das wird so sehr schön sehr schön gut mehr kann ich nicht bauen Wohnhaus 3, Wohnhaus 3, haben wir auch so schön, 300, 300, 300. Ich brauche schon wieder Wohnhäuser, das kann doch nicht wahr sein. Kann ich nicht, er hat sich schon gleich wieder einen Vogel geschnappt. So, hier haben wir nichts. Mal warten, ob das so bleibt. Hier haben wir auch nichts. Hier können wir auch nichts mehr bauen. Das ist ja übel. Ein Wohnhaus, ein Wohnhaus. Kann ich sonst nirgendwo ein Wohnhaus bauen? Hier noch. Das ist ja schön. Das ist ja wunderbar. Und was bist du für einer? Wohnhaus 1. Den habe ich wohl übersehen vorhin. Okay. Dann haben wir ja wieder Platz. Wir sind aber auch schon bei 19 von 22. Ne, 20 von 22. Irgendwann muss doch auch mal Gold vorkommen. Okay. Wohnhausupgrade fertig. Und den auch noch auf 3, dann haben wir erstmal wieder Luft. So. Ach der ist schon auf 3, okay. Dann gehen wir mal hier oben hin. Hier, was sagt er, hier ist Gold? Tatsächlich. Na wie gut, dass wir das Wohnhaus nicht da gebaut haben. Gut. Dann haben wir ja auch Arbeiter jetzt. Aber wir müssen ganz dringend... Achso, hier. Ganz dringend reinbauen hier. Oh, kann ich? Das ist ja schön. Die Mine zieht nicht ab. Gut. Sehr schön. Wir sind nämlich nur noch bei plus 2,5. Gut, wir haben genug Luft. Aber es sind so viele 314, 315 Arbeiter. Die fördern schnell was weg. Ehe wir uns da gucken, sind wir in den Miesen. Oh Gott, das will ich. Upgrading. Guck mal hier sehen. Ne, da. Bauernhof. Upgrading. Du hast keine. So. Du, 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 du. 317, 318. Das geht rezipatier. So. Zwei. Und. Zwei. Drei. So. Dann haben wir hier zumindest schon mal wieder Luft. Für neue Einwohner. Äh. Manna. Und sonst nix. Manna. Was haben wir denn da? Wir brauchen Diamanten. Manna, Manna. Manna, Manna. 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 So. Hier ist noch eine. Die fette sind hier noch. Und hier ist noch eine. Die. Vielleicht da rein. Und dann kann man da. Mal gucken. Die hier ne. Dann schicken wir mal. jetzt gehen diese zum erkunden und dann muss ich gleich hier scharf machen dass ich die akane strömung benutzen können wenn das klappt zaubern kann ich ja noch so wie es aussieht knapp dran gewinnen nach welchem algorithmus die jetzt suchen war sie nicht doch die fliegen da so drumherum da ist die insel so brücke hier könnte ich auch mal inzwischen brauchen wir erstmal hier einst nach dem anderen hier auch mal ganz rumlaufen oder haut hier schon einer woher noch mal und gelogen das über die noch verbinden können hier wieder gut aus ich habe keine jemanden das ist das ich hab doch ich will haben diamante in eure ressourcen und ich will haben die ihr kaufen wollt die will ich kaufen und verkaufen verkaufen können wir heute wie viel ne 31 zu 5 mal gucken zu einer zählen ich krieg 50 diamanten ja das reicht schon dann kann ich jetzt das kann ich nicht turm der zauberer 3 befestigung stufe 3 ja hier so und die turm der zauberer da muss ich mal gucken wo kriegen den jetzt hier überhaupt noch nicht drauf geguckt sägewerke ich hätte ja noch alles mögliche noch zusätzlich machen können wo haben wir denn jetzt unseren unseren säge hier haben wir glaube ich sind ja dann bauen wir hier mal ein sägewerk hin holzfällerhütte 2 holzfällerhütte 2 da jetzt dann können wir den sägewerk und dann haben wir mehr produktionsbonus sie ist gepennt ich denke schon ich pass auf aber nein so sehr schön dann haben wir das jetzt auch und denn hier steinbruch wo habe ich denn einen steinbruch da kommt auch gar nichts mehr ich habe keinen steinbruch wo habe ich stein hier nicht hier nicht hier nicht hier habe ich noch minimal hier habe ich gar nichts da kann ich nicht da habe ich auch noch minimal hier habe ich noch noch minimal und noch minimal da habe ich jede menge holz aber da habe ich gold ein bisschen ja auch hier auch hier hat er was entdeckt metal hat er entdeckt und dann wieder holz und hier stein ist ja nicht viel ne hier ist stein aber ich kann hier nichts mehr bauen oder habe ich hier noch kein stein stein bruch hier ist stein da habe ich noch kein stein mit das ist doch wunderbar dann machen wir hier mal ein stein mit hin und den liebten wir gleich auf zwei weil wahrscheinlich stein bruch stein mit auf zwei bruch sehr schön lüften was ist jetzt hier bleibt noch ein habe ich eine halle der gelehrten brauche ist nicht verfügbar also ja gut da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern kann ich alles machen doch hier steine entfernen ich will aber die steine nicht entfernen das ist ja übel hier ich kann auch nichts bauen mehr das geht das geht nicht ja mühle 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 haben wir wieder mehr nahrung 0 10 pro arbeiter da kommt jetzt aber was auch raus junge junge schönes ding jemand vorkommen da oben links ja ich sag noch 18 was war denn überhaupt ist mit dem update turm der zauberer wie kriege ich den kann ich gar nicht bauen wahrscheinlich oder ist der hier irgendwo bei schießplatz habe ich auch noch nicht bücherei habe ich auch noch nicht da habe ich noch gar nicht gesehen ja das braucht immer bis man so im spiel drin ist schützen meister trainings gelände hier kann ich doch das ist gut dann machen wir das mal und der die reichweite deiner zaubersprüche naja das ist doch schön so die muss ich jetzt auch drei ausbauen und den bauen wir auch gleich mal aus kohle und brot haben wir genug schießplatz so trainieren die jungs sind und drei dann kann ich nämlich den hauptsitz auch hochleveln und der würde ja mal gespannt und das war nicht wichtig die reichweite der zaubersprüche wird wird dadurch zündung kommen das ist auch gleich auch drei höher geht das nicht gut was haben wir jetzt hier gold haben wir noch und so jetzt können wir den hier immer noch nicht jetzt haben wir zu wenig stein verdammte axt und wir haben keine stein abbaut ne war hier nicht irgendwas 160 gar nix 130 gar nix auch nicht oh nein so jetzt muss ich mal eben ganz kurz ne pause machen ich verabschiede mich mal ganz kurz und bin gleich wieder zurück ich lass das mal auf pause stehen be right back wie der wuschel heißt auf neue deutsch auf also habe ich die nicht vor ist dass noch das ist ist das ist ihr Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann bin ich wieder. So, dann können wir jetzt mal loslegen. Ich mache mal mein Licht an jetzt. Ja, und die Pause raus und weiter geht's. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was ich noch brauche, ist ja Stein. Da läuft ja im Moment gar nichts. Wie kriegen wir denn das jetzt gebacken? Ja, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das können wir ja so auch viel besser überblicken. Hier, da haben wir, da haben wir nix, da haben wir nix. Da haben wir keinen Stein, da haben wir Kohle und Mann, 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 ne? Und hier haben wir 120 Stein und hier, was haben wir hier denn? Da haben wir auch keinen Stein, da haben wir Mann, 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 ne? Und hier haben wir auch keinen Stein, verdammte Axt. Da wird das langsam eng hier. Hier haben wir alles, aber 160. Jetzt kann ich da nicht mal mein Ding ins Kirchenhaus bauen. Oh, das ist übel. Aber die hier, die könnte ich mir ja nochmal an Land ziehen. Mal gucken, ob ich da rankomme. Ich beauftrage jetzt einfach mal Erkunden. Ich glaube, so gefühlt hier irgendwo. Und was ist das hier? Ach, hier werden die so... Ja, machen wir auch mal Erkunden. Hier sind auch noch welche. Da laufen welche rum, ne? Das sind alles so kleine Pfütscheldinger, das ist doch furchtbar. So, jetzt muss ich mal hier hinten gucken. Da. Schnell, 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 schnell. Dann habe ich gleich vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Oder... Auch nee. Ah, ja, genau. All meinen Talenten. So, und dann, wenn er mir gehört, dann wird er hier auch grün, hoffe ich. Aber dann kann ich hier rüber. Da hinten ist ja auch noch eine. Könnte ich ja auch mal gleich noch holen. Ah, ist zu weit weg. Sowieso zu weit weg. Jetzt schicken wir hier erstmal einen Geologen. So, hier. Hier. Da haben wir 160 Steinen. Und Eisen. Eisen haben wir auch keine mehr hier, ne? Machen wir erstmal Stein. Stein jetzt. Geht gar nicht hier. Doch. Geht. Und dann können wir den ja noch. Was sagt der? Nach den verlorenen Ackernisten. So, Steinbruch. Steinmetz mal zwei Bruch. Dann machen wir hier noch ein Steinbruch. Dann kriegen wir nämlich mehr raus. Produktionsbonus. Dann können wir ein bisschen Stein noch ernten. So, wo sind denn jetzt die Zauberer? Wo habe ich die hier irgendwo, ne? Da. Machen wir mal zwei. Dass wir wenigstens mal unseren Kram hier weiter ausbreiten können. Aber auch kein hier. Ah, endlich Stein. Stein, Stein, Stein. Den bauen wir hier hin. Den Stein mit. Und dann bauen wir auch gleich noch das andere Teil dahin. So, jetzt wollen wir erstmal warten, bis er soweit ist. Wir brauchen auch noch schon wieder Hütten. Das geht hier alles. So, Mann, 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 Mann. So, und dann. So, Stimmenbruch. So, und Wohnhaus. Kann wir hier auch bauen. Gut, und noch eins. Was haben wir denn hier noch? Stein und Holz. Na ja, gut, dann warten wir noch mit dem Bauen. Jetzt für den zweiten. Produktionsbruch, das brauchen wir. Da haben wir ja auch Stein für verbraucht, ne? Das ist blöd jetzt. So, was findest du denn noch hier jetzt? Aber 2.100 Steine ist schon die Wucht. So, Holz. Holz läuft noch. So, Metall. Irgendwo hatten wir doch auch Metall hier. Irgendwo. 456. Das ist auch bald abgefrühstückt, ne? Ich will ja den hier unbedingt noch aufleveln. Da, 196 brauche ich noch. Und 2 Diamanten. Oh, nee. Wo sind denn die geblieben? Die Diamanten! Ja, gut. Das, ja, sonst nicht scheitern. Dann könnten wir uns doch ja eigentlich auch noch Stein kaufen. Was braucht ihr? Stein. Und verkauft ihr... Da können wir auch richtig kaufen, ne? Ja, das reicht. 3.900. Mann, lieber Scholl hier. Und zuschlagen. Jo. Und jetzt können wir ihn leveln. Ha! Man kommt auf die naheliegenden Sachen nicht. Ich nicht. Ich nicht. Ja, Nahrung haben wir noch genug. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, das scheint mir nicht so priggend zu sein. Obwohl, das ist egal. Und da brauche ich schon wieder Diamanten. Die dritte Stufe ist alles mit Diamanten, ne? Was ist hier passiert? Angriff! Attacke, Jungs! Oh, das ist ja... Adrenalin steigt mir jetzt ins Blut. Brüchiger Golem. Ich bin ja mal gespannt, ob sie den knacken. Was bist du denn für einer hier? Ach ja, das ist einer gemeint. Der will sich jetzt aufleiten, oder? Der ist ganz schön schwer zu knacken, ne? So, da kommen wir ja mal mehr dazu. Die Priorität noch erhöht. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein paar einfliegen, im wahrsten Sinne. Was können wir denn hier noch abbauen? Mit Teil. So, Steinmetz ist bald wieder runter. Mit Teil wäre keine schlechte Idee. Also, Eisenmine. Gut, und können wir die auch noch upgraden, irgendwie? Marktplatz, nein. Nein. Das ist gesperrt. Das ist ein Seegewerk. Das brauchen wir jetzt nicht. Steinbruch im Marktplatz. Das haben wir ja. So, jetzt ist die Frage, den können wir nicht mehr updaten, aber hier können wir bestimmt noch irgendwas einstellen, oder nicht? Ne, hier können wir noch Zauberer. So, jetzt sind keine Slots mehr frei. Gut. Hier haben wir Nahrung, haben wir, und Gold läuft. Gut. 18 Diamanten. Jetzt haben wir Manna, haben wir hier. Manna, 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 Manna. Können wir die erreichen, oder ist das Schatten des Krieges? Dann gucken wir mal. Nehmen wir das Krieges. Okay. Dann sollen die hier mal erkunden. Gehen wir da erstmal voran, und hier müssten wir doch eigentlich eine Brücke bauen können, oder nicht? Siehst du wohl. Da haben wir sogar Gold. Mein lieber Scholleder. Wunderbar. Und hier schicken wir dann Geologen hin. So, ich wollte ja hier jetzt, die wollte ich mir ja greifen. So, Brücke. Brücke. Zack. Zwei Stück. Gut. Huh. Und die Geologen hinschicken. Und fertig. Und hier auch. Noch nicht erkunden. Hier haben wir Steinbruch. Steinbruch. Den lassen wir nochmal hoch. Wohnhaus auch nochmal. Und Steinmetze ist schon hoch. Gut. Oh, das ist jetzt auf zwei. Denn, können wir die noch eingeben hier. So. Mach mal. Jawohl. Sonst haben wir jetzt so wenig Arbeiter. Was haben wir hier? Da haben wir schon alles bebaut. Das ist auch voll ausgelastet. Hier rennt er jetzt hin. Ich glaube. Schützenmeister. Aha. Ja, dann mach du das mal da. Genau was zu tun ist für dich. Ah, hier. Die Teile oder Rück. Ne. Permafrost 1. Da haben die Eigenschaften. Fortschritt 0 von 3. Mann. Weiß ich noch nicht ganz schlau draus, aber hier haben wir Kohlevorkommen. Das ist nicht schlecht. Holz ist erschöpft. Gut. Aber wir finden hier Holz hatten wir doch irgendwo auch noch. Jede Menge. Irgendwo war doch ganz viel Holz. Ja. Hier haben wir doch aber auch schon Steinmetz. Steinbruch. Wohnhaus. Was ist denn das? Verzauberer der Stürme. Aha. Kann ich hier noch irgendwas machen mit. Hauptsucht. Hier können wir mal eine Lagerstätte einrichten. Für die Jungs. Und das machen wir hier auch. Feldlager. Oder hier. Warte mal. Wo können wir denn mal machen? Hier können wir auch noch ein Feldlager einrichten. Okay. Die müssen sich auch mal irgendwo erholen. Hier wollte ich jetzt aber Holz abbauen. Bauernhof. Holzfällerhütte. Gut. Und dann löffeln wir die. Und dann haben wir auch noch ein Sägewerk. Ja. Da ist kein Pluszeichen mehr hinter. Bei Holz. Das ist stagniert. So. Und hier. Steinbruch. Parkplatz. Sägewerk. Wenn der fertig ist, dann geht das. Wenn der fertig ist, dann geht das. So. Da ist kein Pluszeichen mehr hinter. Da ist fertig. Und fertig. Ja. Gut. Damit geht es dann los mit Abbauen. Was haben wir hier? Keine Arbeit dazu gewesen. Das ist übel. Aber wir haben auch schon wieder zu wenig Häuser. Und dann haben wir auch Arbeiter. Gleich alles auflöpeln. Ja. Und nochmal. Aha. Jetzt hat er. Jetzt hat er es gemerkt. So. Und den. Kann man den hier zu hoch verbessern. Das war ja alles erschöpft. Siehste. Wohnhaus-Upgrade. Fertig. Dann machen wir nochmal. Der ist erschöpft. Gut. Ja. Das heißt nicht gut. Aber. Nicht zu Ende. Das ist das Sägewerk. Auch nochmal. Ach nee. Das war ja alles erschöpft. Ne? Ah. Shit. Abreisen. Das können wir eigentlich abreißen. Scheiße. Jetzt habe ich doch schon was reingesteckt. Weil das ist aber kein Holz mehr. Ja. So. Weg damit. Und. Kann ich hier noch was bauen? Kann ich hier noch ein Haus bauen? Nee. Was haben wir denn hier jetzt? Den haben wir jetzt. Den haben wir hochgelöppert. Und den können wir noch. Um einen. So. Damit haben wir. Holz läuft. Holz läuft. Holz läuft. Kohle brauchen wir noch. Kohle. Stein läuft auch. Und hier. Hatte ich da noch keinen? Dann schieben wir da mal einen hin. Ach. Hier ist vollständig erkundet. Das ist ja übel. Das ist ja nichts. Das ist ja gut nix. Was haben wir hier? Hmm. Das gefällt mir aber nicht. Wir haben ja. Mann. Oh. Na. Ich weiß nicht was man damit macht. Thermafrost. Weg für Zauberer. Aha. Da geht jetzt ein Zauberer hin wahrscheinlich. Entdecker. Nee. Aber dann müssen die Zauberer sich das da abholen. So ist das also. Na okay. So. Jetzt haben wir aber trotzdem. Hier nur ein bisschen Stein. So. Wo haben wir denn noch. Hier haben wir noch richtig was. Bauernhof. Letzter bekannter Status. War das meins hier? Ja. Das ist doch bestimmt von dem anderen Königreich. Irgendwas. Dann sagen wir mal hier. Erkunden. Erkunden. Mal gucken was wir da machen können. Oh da fliegen schon zwei hin. Sehr schön. Mal gleich bereit machen. Ob wir das alles anziehen können. Das wäre ja geil. Ja. Die sind ja schon verbunden. Ach hier. Guck mal. Da sind wir gerade an der Grenze. Schön. Schön. Ich will die aus. Die ganze Zeit. Kann ich wohl nicht. Weil das nicht meine ist. Oder weil die jemand anderen gehört. Besser gesagt. Ja. Da hinten sind ja schon. Gut. Dann haben wir da mit Zitronen gehandelt. Hier haben wir nichts vernünftiges. Hier haben wir ein bisschen Stein. Hier ist noch was. Das wir noch angucken können. So. Dann sollen wir da mal erkunden. Da sieht man auch gerade so. Hier ist auch noch was. Der Lebel des Krieges ist ziemlich weit aufgelöst. Wie sieht denn das aus mit der Arcaniströmung. Ja. Das würde gehen. Mal gucken. Wo wir die hinziehen. Schließe mal woanders hin. Was sind das für Wege hier? Brücke. Hab ihn. So. Brücke. Und hat ihn schon. sehr schön. Das ist ja sehr schön. Was hat er hier entdeckt? Manamana. So. Und dann bauen wir hier auch noch einen Geologen auf. Einen Geologencamp. So. Und hier. Warte. 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 Oh. Verdammt. So. Dann wollen wir die uns auch noch mal ranziehen. Okay. Put then a little bit on the book here. und der nächste hier kommt suchen suchen so wie bei den siedlern da war ja auch so da rennen hier solche rum die so geht es ja nicht ich bin bei den hütten baum hütten 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 da kann ich meine hütte bauen kann ich nicht der geschmack von stahl da hat er fähigkeitserweiterung gekriegt sehr schön so jetzt haben wir ein riesenreich aber wie kommen wir hier zu den anderen hin das frage ich mich jetzt gerade ach ich habe ja hier die ganze zeit das hier alles vergessen hier 2 zauber 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 zusätzliche kreatur da gibt es noch und hier verdoppelt die reichweite 0,1 aber jetzt habe ich alles ausgegeben okay oder war auch noch zeit dass ich da drauf komme ich tipp so hier müssen wir noch einen geologen hinschicken wo haben wir denn noch hier haben wir noch ein paar kleine inseln da oben die was machen wir mit denen die haben wir noch gar nicht hier auf dem zeiger da kunden erkunden da fliegt schon einer hin mach dich bereit was ist denn da da war doch eben was was war denn da ob ich da irgendwas mal gucken ob er hier was findet da war doch irgend so ein gerüst oder was ist das gut damit haben wir den schon mal eingesackt und dann machen wir hier eine holzrücke was haben wir hier angreifen und was kannst du hier machen steindruch Sollen wir überhaupt noch Steinen drauf? Nee. Abreißen. So, was kann ich denn jetzt hier noch bauen? Hier habe ich noch Holz. Dann machen wir doch mal ein Holzfiller. Dann können wir mit Holz handeln und das verkaufen, wenn wir dann irgendwas brauchen. Das ist doch gut. Dann muss ich jetzt auf Stufe 2 bis 3 bringen und dann kann ich das Segelwerk noch hin. Sitzchen, hoffe ich. Gut, nochmal. Und... Segelwerk. So, ich brauche Holzfillerhütte 2. So, können wir hier auch noch ein Wohnhaus bauen? Jaaa... 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 Sehr schön. Und das muss, wir könnten auch noch... Jaaa... Machen wir das doch mal. Ein schönes Ding. Das haben wir da. 31 Nahrung. Gut, da müssen wir natürlich sehen. Wenn der hier jetzt fettig ist, dann ziehen wir den gleich wieder hoch. Und er müsste doch eigentlich merken, dass hier jetzt... Jaja... Gut. Und du kannst auch abgekredet werden. Und du... auch. Hier haben die Bevölkerung. Da werden unsere Reife dann gegriffen. Ach klar, wäre das angegriffen. Okay. So... Das heißt, es ist nicht okay, aber... Ich bin nicht zu Ende. Ich bin nicht sicher... Ja... Dann müssen wir nicht fertig werden, Jungs... Und zu bezahlen, weil wir eigentlich kein Geld... du kannst auch gleich abgedatet werden jetzt schon mal so weit auf der sicheren seite dass wir jetzt was abbauen metall wollen wir jetzt noch was du hast auch noch mitteilen hier haben wir noch mal wir haben ja schon stein mit drei steinbruch ist auch da ritterliches konzil was auch immer das ist klingt wichtig ach so da macht man jetzt aus dem feldlager macht man ein konzil denn wo man gucken was oder noch draus machen könnte verbessern dann habe ich das andere feldlager gehabt ich meine da war hier hinten auch noch irgendwo eins wie sieht das aus wohnhaus das sind hier so hier das können wir noch machen der region der sonne verbessern was das nicht alles gibt lebenspunkte größe was sind hier noch entdeckt stein hast du noch entdeckt der ist voll im betrieb wir haben auch nicht mehr viel viel plus nahrung wo hatte ich denn hier eben das ganze ding eingerechnet der ist auch voll im gange hier war das der kann noch ein paar ab hier kommen damit sind wir jetzt wieder im grünen bereich im guten grünen bereich kann ich hier ein haus aufbauen hier auch nicht hier auch nicht und hier will ich noch nicht der ist noch nicht erkundet auch nicht auch nicht auch nicht es geht mir aber langsam auf die socken hier hier kann ich gar nicht mehr drauf bauen so schön grün und auch alles voll gebaut hier sind auch alle schon hochgerüstet jetzt mal gucken wohnhaus hier nicht bauernhof entfernen wollen wir nicht steine entfernen und mir auch nichts hier wollen wir metall abbauen muss ich mir noch ein paar dinger anziehen hier hier sind noch hier treiben noch welche durch die gegend die soll erstmal erkunden gucken wir mal was wir uns da ran ziehen können hier ist auch noch da machen wir nicht zu viel kommen kommen wir nicht hinterher und und hier da 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 Das ist das Königreich. so guck an. Jetzt habe ich wieder gepinnt. Vielleicht habe ich noch mal Glück. Dass wir uns das noch mal schnappen können. Oh, schön. So, damit haben wir wieder einen. So, damit haben wir wieder einen. So, warum haben wir denn gerade gefunden? Da. Das ist ja nicht der Welt. Gold haben wir 37.000. Das ist aber eigentlich schon ganz gut. Was wir brauchen ist Kohle und Metall. Diamanten natürlich. Hier ist auch Gold. Und hier. Hier. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt kann ich das noch mal irgendwo nachlesen. Ich speichere jetzt erstmal. Ich speichere jetzt erstmal. Da muss ich mal fortsetzen. Lernen andere Reiche kennen. Untersucht. Nordosten. Nordosten. Und dann oben links. Da. cool. hier haben wir diamanten da können wir nichts aufbauen oder kann man das trotzdem bauen machen wir das mal das ist doch zumindest schon mal die kleine kleine lichtblick gold, stein, aber nichts tolles irgendwie hier. so was ist denn hier mit? hier habe ich noch gar keinen hingeschickt hier haben wir Mana, dann können wir mal Mana abbauen aber ich brauche noch Hütten Hütten, Hütten, Hütten hier noch irgendwas? hier noch ne? schicken wir den mal hier in die Mitte das ist das andere Königreich und hier oben da muss ja der Drachen sein dann hier tut noch besser anders und hier auch mal erkunden wollen wir mal genau gucken was hier los ist und hier auch nochmal Ah Schnell brücke bereithalten zum entern ja wohl und nicht vergessen den gelogen kohlevorkommen gefunden das ist gut wie viel denn mit ihm hier ich muss heute sonst kommen wir nicht weiter drei stufen das ist ja nix also noch mal hier kommt noch mal in hier und aufpassen aufpassen die arbeiter schon wieder 404 von 410 ist ja voll irre pause und jetzt machen wir hier noch mal keine mehr mehr habe ich jetzt nicht das probiert gleich mal aus mehr brückenklammern zum entern du bist da nein dann machen wir es da ist egal was ist das denn hier ach das sind tierpforten was auch immer das bedeutet da habe ich doch gerade irgendwas gelesen tierpforten aufladen muss auch immer das bedeuten hier müssen wir jetzt erstmal geologen hinschicken und hier auch ach die ist schon vollständiger kunde wie kommt das denn ach der ist noch am suchen dieser halb und deswegen keine schloss frei dann frage ich mich ob ich noch mehr bauen können dann machen wir das mal hier ne so was können wir noch bauen schießplatz und auch hier so unten turm den müssen wir hier bauen damit er das alles bewachen kann oder so viel drauf stehen haben neues rubinvorkommen gefunden hier ok so so micherei was ist das hier wir brauchen wieder diamanten und der hier der kann locker abgegründet werden der kann ich auch nicht aber der hier das haben wir schmiede haben wir schon und dann haben wir die auch schmiede haben wir schon und rücker garnison dann machen wir hier nochmal die kann man überall bauen ne so was ist das hier kann ich nur wissen kann ich nur wissen können wir jetzt noch in der insel ein Land ziehen kein platz kein platz 00 00 hier ist noch ein platz frei da haben wir auch stein stein müssen wir auch wieder abbauen was machen wir hier mit das sinkt hier ist gar nichts hier habe ich doch eben was gesehen jetzt ist das gleich weg hier das kommt mit in 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 So, da bin ich mal gespannt jetzt, was das jetzt wird hier. Was hat denn da? Wir haben zu einer ihrer Inseln, aha, ich weiß nicht was hier ist, da ist ja was, gut, Insel verbunden. So kommt ihr Flieger, macht mich glücklich, da oben kommt einer, jawohl, ich könnte das Ganze auch schneller stellen, aber ich finde das gemütlicher so. Was ist denn hier, was jetzt läuft? Ich will mal scharf machen. Oh, jetzt haut der wieder ab, ne? Im Nebel des Krieges, komm, 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 komm. Sehr schön. Rückgebaut. Ist die Insel schon vollständig erkundet? Ja, aber die noch nicht. Gut. Insel ist erkundet, auch erkundet, alles vollständig. Gut. Was können wir denn hier, da haben wir nichts Tolles. Ja, hier sind vier Rubine. Das ist ja nichts Tolles. Was können wir noch bauen? Hier haben wir alles gebaut. Und hier haben wir keine Rubinmine mehr. Wo war das hier? Eben vier Stück. Egal. Machen wir ein gutes. Genau. Die Kohle haben wir auch nicht mehr. Aber Kohle brauchen wir. Verflucht und zugenäht. Da ist noch nichts erkundet. Da ist noch nichts erkundet. Wollen wir mal gucken, was wir denn noch alles machen können. Hier sind noch ein paar. Dann lassen wir uns mal hier gucken. Und hier auch. Gut, das ist ja nicht so weit weg. Wie sieht es aus? Nahrung und Gold. So schön. Gut, da kommen ja schon die ersten. Jetzt fliegen sie schneller. Die dürfen aber nicht so schnell fliegen, dass sie nicht mehr reagieren können. Mit der Acker und der Strömung. So, Alter, hier. Ja. Und komm, zeig mir die Insel. Zeig sie mir. Ja. Warte mal. Die können wir auch hier her holen. Oh, schön. Jetzt haben wir wieder zwei Inseln. Wollen wir mal gucken. Was hat das Rad hier? Wo können wir euch andocken? da ist ja schon mal gut. Und. Warte mal, können wir denn dann hier vielleicht drüber ziehen. Wieso geht das hier nicht? Tut dich dran. Blöd. Das gefällt mir nicht. Keine Wirklichkeit. No chance. Da haben wir schon eine Brücke. Da haben wir auch schon eine Brücke. Da muss ich den wohl noch mal ein bisschen zupfen. Aber wohin? Dann gucken wir mal, ob da jetzt sich da dran ist. Wie auch immer, dass das kommt, aber egal. Und hier und hier. Hier ist auch noch mal. Ich habe gar nicht abgegredet. Bequoten. Da können wir noch einen ziehen. Okay. Das ist das hier. Wachturm. Da wollen wir nicht zu freigüppig werden. Wir haben nicht mehr so viele Rohstoffe. Und noch einen. Dann können wir hier noch einen Ritter und dann kann er sich gleich hier einen Vogel wollen. Okay. Können wir hier schon was machen? Siehst du, da hat sich auch ein Geräusch. Geistesverschmelzung. Geistesverschmelzung. Das ist doch mal was geiles. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Noch einer. So, was können wir hier noch machen? Können wir noch? So. Können wir uns noch leisten? Noch einen. Schild ist im Verrat was. Hier können wir noch was abbauen. Aber ich will erstmal wieder Hütte bauen. Aber ich will erstmal wieder Hütte bauen. Ach, das ist so blöd. Hier kann ich noch mal gucken. Was ist denn überhaupt hier alles drauf? Ach, da ist Metall. Da müssen wir mal Metall abbauen. Und Stein ist auch. Was haben wir denn am wenigsten? Äh, Metall. Eisenmine. Gut. Die konnte man aber nicht noch irgendwie gefeinern. Ne. Jetzt haben wir hier noch Stein. So können wir noch Stein aufbauen. So können wir noch Stein aufbauen. So. So. Hm. 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 Hier ist auch noch mal Metall. Eisenmine. Wird mir nix. Lebenspunkte und Arbeiter. Mehr Arbeiterinnen nix. Dann machen wir es nicht. Eine Insel an einer Stelle eurer Wald zu erschaffen, deren Biom typisch für eure Rasse ist. Wollen wir mal ein bisschen experimentieren hier jetzt. Wo machen wir die denn? Machen wir sie hier hin. Wollen wir mal ein bisschen gucken. So kann man sich Inseln schaffen. Das ist doch auch mal was Schönes. Ist sie gleich verbunden oder nicht? Das wollen wir gleich mal sehen. Das ist ja geil. Da hätte ich mal vorher drauf kommen sollen, ne? Na ja gut. Dann können wir hier jetzt auch einen. Ist das schon erkundet? Ne. Dann gehen wir hier noch mal einen hin. Dann können wir uns ja noch mehr Enden bauen. Hey. Das ist ja schön. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt hier mal. Was ist das hier? Ne. Was ist das? Ne. Ein mystischer Umfang. Eine Insel in eine für eure Rache heimisches Biom. Ja. Das hier wäre vielleicht nicht schön. Da könnte ich noch was. Oder. Das hier. Die hier. Da können wir doch mal klein anfangen. Hier haben wir schon so viel drauf gebaut, ne? Da baut man ab. Hmm. Nehmen wir die hier. Wollen wir mal gucken, was hier passiert. Da müssen die Zauberer jetzt kommen wahrscheinlich. Da bin ich ja mal gespannt, was das war. Oh wie, die haben kühle Stufen hier, da. Es brennt. So, dann macht man jetzt hier, komm, Priorität erhöhen und da, Plugge entfernen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt mal gucken, was passiert. Das ist ja immerhin interessant, ne. Und dann werde ich auch erst mal beenden. Das möchte ich aber noch sehen jetzt. Was machen die jetzt? Priorität 20, ja, habe ich ja nun. Und das sind hier Zauberer. Ach, die zaubern jetzt von da aus. Und du zauberst auch wahrscheinlich. Ritter. Zauberer. Warum gehst du da nicht hin? Ah, hier fängt jetzt was an. Da geht's jetzt los. Mal sehen hier. Da bin ich mal gespannt. Jetzt müsste es fertig sein, oder was ist das hier? Okay. Dann machen wir jetzt mal auch ganz schnell. Aha. Wird wieder auf normal gemacht und zack, haben wir eine wunderschöne Insel. Muss ich die auch noch erkunden jetzt? Ich schick den da mal hin, als soll's. Ach, die ist vollständig erkundet jetzt. Das ist ja auch schön. Und. Woah. Bitte bauen. Jetzt kann man nur eine bauen, oder? so. So, die rüst ich noch hoch und dann ist erstmal dann du. Wir machen im nächsten Video dann weiter. Ja, das muss man machen, bevor man raus geht, weil das hat man nicht mehr auf dem Zettel, wenn man da wieder anfängt. So. Jetzt können wir hier noch was machen. Wieso ist das immer nur halb? Ja. Ich hab aber nur 35, ne? Ist alles rot hier. Und dann geht, das geht ja noch weiter hier. Wow. Na gut, da kommen wir jetzt heute nicht mehr hin. Ich speichere jetzt. Ah, was ist das? 28.04. Das brauchen wir nicht. Das speichern wir. Jupp. So, das Spiel wird gespeichert. Erfolgreich gespeichert. Zurück. Ich verlasse euch auch jetzt. Nicht nur das Spiel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Bun.